wir haben ja ein ob sie dann ist uns die jede Ruftruhe im Vorplündern zwei Türschlösser knacken ne mach ich nicht ist mir zu str.. ist dir zu sträßig he? ich wüsste gleich sehen was ich machen müsste auuuu wait wait da die Dianisch mal so wenig ne ist halt hier das ist schwer du hast auch grad schon entdeckt aah geschafft ich hab doch B gedrückt schade dass du der einzige hier bist naja schon voll schade ne Mission besorgen das brauchte ich aber nicht ich brauche diese Kiste wuuu oh ok das sind dann 5 Truhen und diese Kiste wuuu und dann gehts weiter aaaaaaah ok du könntest die Tore auch einfach zerschießen gell aber das war halt laut und auffällig ja klar du hast das erfasst falls man keine Granaten hat sind da unten spreng ich besser Tatsache aber das ist halt laut ja und auffällig ja genau das ist erfasst das ist erfasst aber das ist halt laut und auffällig ja das ist erfasst ja das ist erfasst ja das ist erfasst ja ich könnte es ja auch aufspringen aber das wäre ja laut und auffällig aber das wäre ja laut aber man muss ja alles öffnen ne schau mal auf die Map naja stimmt da hinten sind noch zwei mach ich jetzt nicht ich werde jetzt einfach die Flagge zerschneiden und die Assassinenflagge hissen es trägt auch jeder Assassine immer ne Assassinenflagge mit sich rum ja französischer halt ha er hat mich nicht gesehen durchschneiden und duck das klingt wie wenn du auf Holz hauen würdest ja weil man haut ja auf Holz aber das ist doch laut und das würde Leute anziehen hast du erfasst das 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 zum Vorkommen aber das ist das das muss man wissen man muss nur lesen und und das geschafft was ist denn hier passiert die Gefangenen Sir sie wurden alle befreit es waren einfach zu viele na gut wir müssen das in Ordnung bringen stimmt's zeig diesen Verbrechern das Handwerk zu legen es klappt Jack mit ein bisschen Glück vernichtet die Armee die Briganten ich mache mir mein Glück sag das schon ein bisschen auf das war der Raubüberfall äh die was die äh die ähm die glattuntersprung ja äh das Video ha so heißt das Video nein glattuntersprung nein vielleicht stimmt wenn dann heißt das Video die glattuntersprung aber das wird ja keiner verstehen wenn das Video noch nicht gesehen hat und der Titel soll ja dazu anregen das Video anzuschauen und nicht Verwirrungen zu aber vielleicht wäre das ja so interessant dass man wissen will woher das kommt dass man dann das Video das stimmt das stimmt warum laufe ich eigentlich weg ich habe keinen Schimmer warum habe ich 19.000 what Pfund die die 10.000 gestohlen gerade auch schon hier also als er noch nicht gebrauchen können hast du dir die Tasche gesteckt ja ja cool warum nicht ja warum schon eben just cause just cause just cause just cause waaah just cause just cause waaah schon was glittern das ist toll ich glaube nicht dass du das Glittern hörst du hast du hast du auf die Karte geschaut ich habe schon Glittern gehört echt ich habe zuerst auf die Karte geschaut und dann Glittern gehört mit hps sorry tut mir nicht leid tut mir sorry tut mir voll sorry weißt du Nein Die Chantal, ne? Die stand mir voll im Weg Ach, Lukas Nee Ja, nee, das wollte ich auch sagen Wir sind hier nicht bei RTL Achso Wir senken das Niveau noch weiter Nein, das geht nicht So gute Senkgeräte haben wir nicht Und Bye We all live in der Yellow Submarine Yellow Submarine Haha 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 Die Geiseln befreien ohne in Deck zu werden In der Tat In der Tat In der Tat In der Tat Man kann sogar noch weiter auswählen Ich glaube, das bringe ich nicht mehr zusammen Warte kurz, warte Woodchuck Wie ging das Woodchuck Zungenbrecher Woodchuck Ja, Woodchuck What would a Woodchuck Chuck über Woodchuck Woodchuck Wood Naja, wie ging das Fliegen über Fliegen, 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 Fliegen Ja, aber da gibt's ja auch in Englisch mit dem, mit dem Beaver Woodchuck Auf Englisch Ich dachte, Beaver Beaver Woodchuck Wood Und will be the better than one da 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 wo ist euer boss sage Das war so ein bisschen fies, oder? Dachtet ihr, ihr wäret der Einzige? Nun ja, vermutlich. Wo habt ihr sie her? Eine Spende der Bruderschaft. Verstehe. What would 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 a would chuck chuck if a would chuck would chuck would. Die Armee könnte jetzt jederzeit tief werden. Gut, uns fehlen die Männer in New York, um uns mit die Banditen zu kümmern. Mit ein wenig Glück sind wir sie jetzt endgültig los. Ich mache mir mein Glück. Jetzt lasst uns der Schlange den Kopf abschlagen. Ab mit ihrem Kopf. Ab mit ihr dem Kopf. Ich bestätige, die Frau ist im Haus. Perfekt. Zeit, sie auszuräuchern. Ist das eine Frau? Au. Ich habe ein ähnliches Gefühl, dass es nicht ganz viel ist. Ich glaube, man muss außenrum und dann irgendwie... Ja, ich höre schon eher dann aus. Ich gehe mal außenrum, aber... Vorsicht, erlauge. Ja, ja. Hope ausfinde ich machen. Nein! Ich habe es gebost. Immer diese Assassinen. Oh Gott, das war das hier. Lass mich raten, hier ist an jedem zweiten Eck so ein Asad... Nee. Nee. So ein Asad? So ein Asad. Yep. Ruhe. Ja, wenn du schon da bist. Schau, das kostet wieder 10 Sekunden Zeit. 5. 4. 4. 2. 1. 12! Was? 3, 2, 1, 12! Wir haben alles, was wir brauchen. Nun erwartet mich der Chevalier. Hopp. Bon voyage. Au. Scheiße, das ist so endet. Was war denn das? Au. Ihr wart ein braver Burschen. Lustiges Level. Nein. Achso, von der Idee her. Von der Idee her, ja. Ich für Shay nicht so ganz witzig. Nee. Na komm, na komm. Na komm. Zieh dich hoch. Und dann, ähm, da rein. Rechts, ja. Danke, Lukas. Huah. Also noch nicht mal ich hab mich erschrocken. Ich hab mich auch nicht erschrocken. Ich hab mich auch nicht erschrocken. Huah. Ähm. Ich hab mich auch nicht erschrocken. Nein, der große Leo hat sich nicht erschrocken. Nein, ich erschrocken mich. Nein, ich erschrocken mich. So. Ja, genau. Immer nur, wenn ich laut bin, dann erschrecken mich. Ja, ja. Das glaubt dir auch jeder. Nein, nein, nein. So. Ja, gut. Bei der einen Folge Outlast glaub ich sie sogar. Hu. Da hab ich's dir auch nicht leicht gemacht. Ding-Dong-Ding. Ping-Pong. Ja, wir sind ein braver Bursche. Was zur Hölle? Jetzt beginnt der Spaß. Was ist das? Gift. Lähmt mein Herz. Ich muss weg hier. Ja. Das hilft. Bewegung. Hält mein Herz in den Gang. Du magst. Du magst. Du kannst weg von uns. So. 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 Da muss noch einer. Eine. Ah, schick. Danke. Good job. Ja. Ich muss Haupt finden. Ein Gegen-Game. Da vorne ist er. Ready to open fire. Ready to open fire. Ja. Das ist auch oben rumlaufen können. Pff. Muss ich auch. Nein! Lauf doch! Ach, das, 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 der, 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 das Gas da verlangsamt dich. Ach, du weh! Ja. 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 wie ist flott, die Dame. Ja. Aua, 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 aua. Ich hatte sie... bei meinem... Ui, ja egal, ich hatte sie schneller getötet. Ich hatte sie schon getötet, zu dem Zeitpunkt. Naja, vielleicht hast du das letzte Mal auch ne Pistole benutzt. Nein. Ach, hast du einfach mit der verborgenen Klinge erwischt. Eingeholt, ja. Ich glaub, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wär so'n einer der Assassinen oder Templer, je nachdem, ne? Ich glaub, ich hatte sie schon getötet. Die einfach total... So, ne, das ist mir zu viel Anstrengung. Ich nehm meine Pistole. Weg dich! Ah, nicht. Doch, ich war auch hier. So ist jetzt da lang. Ich hab kein Schimmer. Ich war doch nicht hier, ich hatte sie doch schon viel früher. Ich hatte sie viel, viel früher. Ich glaub, ich hatte sie auf dem dritten Haus oder so. Ich war aber früh. Ja, ja. Hast du ja richtig den Weg abgeschnitten, oder wie? Okay. Ja, ich war einfach schneller. Ich hab auch ziemlich viele Versuche gebraucht, um nicht in nem Gas hängen zu bleiben. Oh, okay. Oh mein Gott. Wird schon. Ja, ja, ja. Steh dich aber langsam. Langsam aber stetig so rum. So, und jetzt geht sie rechts. Oder auch nicht. Meine Güte. Wie man sie halt überhaupt nicht einholt. Nicht so wirklich, ne? Aber die Charaktere laufen ja alle gleich schnell. Jetzt ist die nicht ab. Jetzt ist die nicht abgebogen. Ich könnte ja niemals so lang sprinten, ne? Ging einfach nicht. Ich bin ja, ich bin, ich mein, ich bin kein unsportlicher Typ, aber das könnte ich nicht. Ich glaub das ist ein Bug. Das ist irgendwie das Gefühl, das ist ein Bug. Das ist irgendwie das Gefühl, das ist ein Bug. Das hier kann ich gut schneiden. Ein Meter. Wow. Kranzel wieder weg. Töten. Ja, danke. Was the hell ist wrong with you? Ich bin ja, 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 ja. Ich will eigentlich in eine automatische Pistolen-Range kommen. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, nervt nicht. Ja. Meine Güte, ey. Ah, ha, ha, ha. Sie hat niemals Hoffnung verloren. Es ist der Chevalier auf dem Weg zur Vorläuferstätte. Ich werde ihn aufhalten. Er wird dich erwarten. Schade. Ihr hattet so viel Potenzial. Er hat Hoffnung verloren. Mission abgeschlossen. Er liebt die Chance von Stahl. Aber er wird immer Hoffnung in sein Herz. Nein! Triple facepalm. Ja, du hast sie ja dreimal hintereinander. Heispalm. Also, hier hatte ich sie schon getötet. Ich hatte sie, glaube ich, zwei Häuser früher. Ich hatte sie zwei Häuser früher. So! Und um das Thema zu wechseln. Oh, nee, Boss, muss man stattbleiben. Gehen wir nach Perse. Nach Perce. Das ist aber nicht Perse eine gute Idee. So Perse. Wir schaffen, wir fahren per Schiff. Per See. Mit dem Schiff. Wir fahren im Atlantik.